Was ist Audio, Inneneinstellung, Stille, Nacht? Untertitel, ja, machen wir mal. Farbige Untertitel. Also, wir probieren es aus. Spieleinstellung Horizontal, Invertieren. So. Aha. Moduswellen. Ich will meinen Charakter kennenlernen. Cassie redet oft, empfohlen. Oder ich bevorzuge meinen Charakter lieber auf der stillen Seite. Cassie wird nur reden, wenn es für die Handlung entscheidend ist. Aha. Moduswellen. Erlebe die Geistergeschichte von Echo Bluff Realty Risikofrei. Für lieber eine gute Geschichte und Entdecker. Gruselig. Eine Mischung aus Story und Gefahr. Wenn du stirbst, wirst du an den Eingang von Echo Bluff gebracht. Dein Fortschritt bleibt bestehen. Die Leute, die einen Nervenkitzel mögen. Gegner sind viel aggressiver. Wenn du stirbst, wirst du ins Hauptmenü zurückgebracht. Für diejenigen, die eine echte Herausforderung brauchen. Ja. Wenn du blindst, du wirst ein oder andere ein paar Dinge über die Vertrauen. Du wirst du wirst. Creepy Cassie. Never gonna find Cassie. Cassie. Du kannst nicht sehen. Du lernen, was zu vertrauen. Fokus, Cassie. Was ist das? A fan. Gut. Jetzt. Was ist in front of a fan? Ich weiß nicht. Sounds are wie wir sehen. Listen. Tap your cane. Es ist ein coffee mug. Alright. Excellent. End! Fuck a shit. Oh. 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 I certainly don't know what's waiting for me at Echo Bluff, but I do know I can't take much more of the torment, so I trust in myself to get to the bottom of it. Ja, es klappt einfach immer. Ah! Okay. Okay. Also, ist es wie Outlast, man kann nichts wirklich machen, oder? Boah. Okay. Okay. Also, da haben wir noch eine Tür. Mal kurz. Boah. Es ist komplett dann einfach mal... Also, C... Okay, C. Ja... Aber es ist krass, dass sie die Welt nur... Hallo, Nadie. Nur so wahrnimmt... Also, sie ist ja blind. Und nur durch das Aufschlagen des Stockes... Äh... Kann sie... Die Welt mehr oder weniger Sinn. Gibt es nicht auch auf VR? Nein, 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 nein. Hallo? Wahrscheinlich sollte es ein Plan haben, wenn jemand... Hier... Aha. Scheisse. Fuck. Trigger ist jetzt schon das... In meinen Tränen... Ich sehe immer eine Rope... ...eine Ticket... ...eine Apple... ...eine Axt. Vielleicht starte da. Äh... Mach mir schon ein bisschen Angst. Noch nicht, okay. Okay. Boah, das ist mega beklemmend. Äh... Warte mal. Aber ich muss euch ein bisschen den Sound lauter machen. Sonst fühle ich mich allein gelassen hier. Ich müsste es auch so fühlen wie ich. Genau, wenn ich gleich spiele ich im Prinzip... Ja... Ich bin ja gespannt. Also das Spiel sei ja... ...sehr, sehr nervenaufreibend. Also... Wie lange streamen wir jetzt schon? 18 Minuten. Ich habe schon länger ausgehalten als Tolu. Stimmt das? Deep breaths, Cassie. You're here for a reason. Ich hasse es. Es wird mir die Steuerung aus den Händen gerissen und den Blick auf etwas gezogen. Fuck. Mhm. 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 Fünf Game in Game. Okay. Hier. Happy... Machita. Dearest husband. Ten... Ich weiß, dass dieser frische Start ist der perfekte Weg, um unsere Familie zu erfüllen. Felicia. Ja... Was war das? Eine Erinnerung? Oh nein. Oh nein. Äh... Es fängt jetzt schon an. Kurze Frage. Sind die Jumpscares... krass? Was kann ich hier machen bei dem äh... Ich höre da etwas, aber ich weiss nicht was machen. Okay, okay, jetzt hörst du auf. Oh mein Gott, was tue ich mir nur an? Pew, was hast du mir für ein Spiel empfohlen? Was ist das? Das Problem ist, man kann so dermassen mit den natürlichen Elementen spielen, weil es wird immer dunkel, du bist blind und wie du jetzt da siehst, du konzentrierst dich auf das Geräusch oder visuell auf das hier oder so halbvisuell und da kann natürlich irgendwie ein Monster oder so enorm sich anschleichen oder plötzlich auf der rechten Seite sein und wenn dann noch die Maus aus den Fingern gerissen wird… Ja super, das Monster werde ich nicht erleben lassen. Aber ich muss Transparent ganz kurz anders einstellen, das Transparent ist nicht auf der gleichen Ebene wie hier. Gebt mir kurz einen Moment. Just a moment. Äh, transparent ist… Ja… Und das nur Webcam… Transformation… Transformation… Wo ist das? Einfügen… Ja… Das sieht schon besser aus. So… Und wenn ich jetzt das drücke, dann bin ich nur transparent. Ja… Dann kann ich das hin und her wechseln. Dann könnt ihr auch den Text lesen, wenn da irgendetwas steht. Ich bin noch nicht sicher, was ich genau hier… Also ich bin Cassie, das habe ich verstanden, aber was ich genau hier verloren habe. Was mache ich hier? Was tue ich hier? Bin blind und… Ich bin irgendwie in einem Gruselhaus. So Warnzeichen gibt, in dem das Haus piept. Okay. Ah, sogar die Kisten haben einen anderen Sound. Ist ja mal cool. Oh Gott. Oh mein… Sehenswürdigkeiten und Erinnerungen erscheinen grün. Multitasking… Sehr gut, Nodi. Ist das ein Teppich? Was war das? Oh Gott. Ich weiss nicht, wie viel Spannung ich heute Abend ertrage. Ich hatte eigentlich einen gemütlichen, tollen Abend mit meinem Patenkind. Soll ich die Lautstärke noch für euch noch ein bisschen höher schauen? Mit verbundenen Augenspielen? Ja, Moin. Super, Shamiro. Tipptopp. 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 Sagst du das nur? Also. Wir probieren es. Äh, Pew, du sagst es mir links und rechts. Fünf Minuten. Fünf Minuten. Ja. Glockenze. Ja. Und, ja. Ja. Jäger. Jäger. Ja. 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 Ich weiss noch nicht, ob es besser ist, nichts zu sehen. Ich drücke. Jamiro mag dich, definitiv. Oh nein, der Leim hat sich gelöst. Super. Der Leim löst sich. Super Leim. Der Leim. Hallo? Der Leim. Der Leim. Der Leim. Das war's. Das war's. Das ist nichts mit dem Augen-Green-Screen. Das muss ich dann auch noch anders befestigen. Weiss nicht. Das war's. Okay, das ist jetzt... Wo bin ich? Es ist alles dunkel. Now Cassie, that music box belongs to St. Joseph's, not to Cassie Thornton. Put it back. But I need the music box to help me fall asleep. It's a new house. It's a new house. I'm scared to go... But I love this song. Falsch gedrückt, sorry. Ah! Natürlich drücken ist falsch. Entschuldigung, warte, ich muss das kurz. Abbrechen. Moment. 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 Aber... Nee. Ah. I wish I'd left that one buried in the backyard. Ja. Definitiv. Also, wo ist die Spielbox? Das hier? Zur Tür raus. Wo war ich jetzt? Bin von da gekommen. Okay, okay. Aber das ist mich gut geguided. Das ist richtig gut durchgelotst. Da bin ich hochgekommen, oder? Ja. Kann ich... Yeah. Mrs. Great Heart! Danke vielmals. Das ist ja der hier, oder? Moin moin! Was geht's? Da ist es! Der Röp! Was ist der Röp? Ah, der Röp! Ich habe immer lieb, dass ich dieses heilungsmöglichst habe, aber letzte Woche, als ich ein Stomachschmerzen hatte, ich ging es um ihn zu touchen und es war heiß. Die Stung war nicht in der Sonne oder bei einem Heater. Und die Stungen rundherum waren cool zu touchen. Was mich wirklich überrascht, ist, dass es eine Schutzstunde ist. Ja, das ist ein Horrorspiel. Ich verstehe nicht. Das ist die Röp. Die gleiche Röp für meine Träume. Was bedeutet das? Was zur Hölle? Keine Ahnung. Das... ...fuck. Was ist nicht ein Echo? Okay, ähm... Soll ich transparent bleiben? Was meint ihr? Oder soll ich so eingeblendet bleiben? Super, ich höre Stimmen und Stimmen und Stimmen. Was die Pregnancy-Manuals nicht dafür vorbereiten, ist der erste Kick. Es fühlt sich, als ob du einen großen, fatten Goldfisch entfälligst. Und es floppelt in deinem Stomach. Vielleicht werden wir sie Goldie nennen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich probiere mal immer zu wechseln, wenn der Text kommt. Aber äh... Ich weiss... Ich weiss nicht, ob ich da, wo die komische Stimme hingehen soll. Oder... In diesem Raum, wo das komische... Warte mal. Irgendwie hier hat das ja auch ge... Versteck... Oh, Versteck... Verstecken. Nein, ich hasse Spiele, wo man sich verstecken muss. Oh mein Gott. Ist soweit mit dem Vieh. Nösss. Ich hab's nicht geflogen. Ich hab's nicht geflogen. Und jetzt rühre ich um, wie eine... ...wollt. Und das Baby klingt so frantisch. Vielleicht manchmal... ...must be very excited. I hope. Mach mir nicht Angst, Viu. The same one with the unstitched eye back under our bed. Then it's a little soggy. Alles gut, alles tiptop. Ah, da bin ich so durchgegangen vorhin. Wie kann ich... Was ist das? Ah. Es gibt ein anderes Geräusch. Immer da, wo ich draufzeige. Hört das der auch ein bisschen weniger laut? Ich meine, hier... Hier... Und hier sind die anderen Geräusche, oder? Hört der das auch? Oh Gott, was ist das für ein... Teil oder Monster? Ist egal. Oh, nein, sag das nicht. Nicht so oft machen, ja, super! Verstecken. Okay. Ich sehe schon sehr viele Verstecksachen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe noch keine Ahnung im Moment, die Geschichte ist noch nicht ganz so klar. Aber hier hätte ich etwas zu verstecken und unter dem Bett habe ich etwas zu verstecken. Okay. Aber hier kamen doch Geräusche, oder? Nein! Nein! Nicht in den Keller. Ich hasse Keller! Hörst du? Ich hasse es! Türen zu! Mhm! Türen zu! Türen zu! Türen zu! Kann ich mich da auch verstecken oder was ist das? Warum ist das grün? Ist das gut, dass ich da sehe, dass das Fen... Es war der Baum in meinen Träumen und ich habe es einfach vergessen Was zur Hölle? Tue schließen, Tue schließen, Tue schließen Jemand kotzt? Ja, es ist ein Horror-Game Aber auch mein Laufen hört man, oder wie? Schau mal Bitte gib mir nicht Wenn es so ein richtiger Jump-Scare ist, überlebe ich heute nicht Ich kann ja niemandem zuhören, wie er... Ghosts Actual Ghosts Aaaaah Danke vielmals, Amadeo Boah, ich kann ja... Mir wird es instant schlecht, wenn ich so jemanden kotzen höre Boah Oh Ich muss kurz einen Schluck trinken Wie habt ihr das so? Was sehe ich da in der Ferne? Eina Du hast es imaginiert, Cas Ja super, jetzt kann sie rennen. Ja moin! Ich seh dich! Ich weiss noch nicht, ob ich es überlebe. Kann ich nicht wie in Minecraft heranzoomen mit C? Nein, das wäre geil! Delfi, Dexter's Speech. Ja, McDonnell definitiv! Schaufel! Ah shit, ich will die Schaufel behalten! Was macht sie vor allem blind hier alleine? Was? Meine Frage, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht alles verstanden. Sie ist blind und... Geh... Entgenecke... Geh... Neue Text-Message. Surge. Hey, über das Board. What's up? Got angry, just concerned. Geh... 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 Ja, hombre! Ich bin hier... eine Seite. Tipptopp, da kann es ja nur schief gehen. Ja, so können definitiv die Fledermäuser die Welt sehen. Ich weiss auch nicht. Warum spielen Leute Horrorspielen? Kann man sich auch fragen. Aber bitte. Jetzt nicht mehr irgendeine Kotze, sonst erpresche ich es dann auch noch. Das Ort fühlt sich... anders. Das war vorhin noch nicht, da. Das... was war in der Garage wieder. Ja, ich brauch auch einen Tee. Moment. Bitte nicht kotzen, bitte nicht kotzen, bitte nicht kotzen. Ich werde raus in ein bisschen. Um... Just leave it on the bar, honey. Thank you. Super. Now that I'm done running ghost errands, I can get back to the snooping. So geil. Geister. Botengänge. Fuck, es geht zu viel. Es ist zu groß. Nein, 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 Romero, nein. Ich mag eigentlich Feuer. Ich mag eigentlich Feuer. Ich würde wahrscheinlich Richard sagen. Ich will nicht sagen, Richard. Geht's, wenn ich so transparent bin? Oder ist es... schlecht? Was meint ihr? Ich will nicht. Ah, okay. Ja, moin. Ich kann mich jetzt verstecken. Ja, super. Erinnert an the eye. Sag mir nichts. Fuck, fuck, fuck. Er hauen hat mit dem Stock und das Vieh kam dann. Okay. Okay. Uh-huh. Ich muss einfach mal sehen, wie ich sterbe. Wie der Tod getriggert wird. Dann kann ich mich wenigstens da vorbereiten. Aber wenn dann irgendwas aus dem Dunkeln springt, das Laufen triggert aber das nicht, oder? Das Laufen triggert die, äh, das nicht. Oder auch nicht, dass ich wüsste und Romero zwei Sekunden später. Guck! Hab ich irgendwo eine Karte? M oder so? Nein, aber... Speichert es, oder wie ist es genau? Ich will dann auch nicht dumm sterben. Ähm... 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 Scheiße. Dose 2. The Amipramine has caused vomiting and patients hysteria has returned. Moving forward with the combination of Minoamine, Oxidase, Inhibitors and tricyclic antidepressants. Dominos! Was geht? Danke vielmals! Für den Sub. Also ich sehe das Flämmchen. Ich sehe zwar noch nicht die Anzeige, aber dankeschön. Kann ich das schon drücken, meinst du? Warte. Die Meldung kam eigentlich nicht. Hattest du in letzter Zeit gesuppt oder jetzt während dem Stream? Aber... Ich sehe es ja. Von dem her... Danke schön für den Sub! Ah, jetzt... Ah, sie... Sie ist... Yes! Danke vielmals, Dominos! Mega! Mega, mega, mega. Danke viel, vielmals! Ich bin ja schon sehr gespannt. Kennst du das Spiel? Ja, bei dir ist wirklich die Flamme weg. Was ist denn da los? Der Biu! Danke vielmals! 17 Monate! Ah... Du weisst schon, dass genau solche Sachen... Biu! In einem Spiel... In einem Spiel... Einfach komplett... Alles... Eine Puppe! Alles triggert, was mir Angst macht. Puppen... Nicht sehen können... Nicht wirklich ausreichen können... Und irgendwelche Monster... Super! Total! Ah, genau! Sind die... Monster... Werden die durch meinen Stock... Aktiv... Erscheinen... Töten mich dann... Oder... Ähm... Kann ich auch zum Beispiel... In ein Monster selber reinlaufen? Das würde mich noch unternehmen. Ich lasse die Musik... Die ist schön beruhigend... Ich lasse die Musik... Die ist schön beruhigend... Was verstecken... Oh nö... Noch sogar hinter dem... Eine Bürste! Fuck... Und ich bin gestorben... Mhm... Ich habe aber keine Ahnung... Wo ich hin muss... Wirklich... No idea... Mit Delphi scannen... Das ist mein Handy... Ja... Das ist ein Mann llamado Miami... Es ist ein Mann. Ein Mann mit einem Mu hoping derывать... Ist das,... H spreadsheet... Da wurde jeselte? Ich sehe... Three, that's song. Four, the noises. Five, misaligned chakras. Was she having visions too? Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Ah! Kann man sich auch... Okay, ich kann durch Sachen durch. Komisch. Kann man sich auch verstecken, ohne in einem offiziellen Versteck zu sein? Ah, Mann. I suddenly don't feel so good. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. They think maybe for the best. The psychisch gesurrt sind deep high outlast. Okay, I'm whining. Aber 100% würde meine Schritte auch die Monster triggern, nicht nur mein Stopp. Ich weiss nicht, wie oft ich schlagen muss oder kann. Und der hat schon getriggert. Also ich hab ja bis jetzt noch niemand gesehen. I see 2118. A fave. To be sure. But Dot, the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. I see 2118. Der Code ist wichtig. IC 2.0. 2.0 was? IC2118. 2118. Okay, ich habe es mir mal notiert. Einfach, äh, ah! Nicht 2000mals kennen. Ich wollte es einfach weglegen, aber habe es schon wieder gescannt. Vielleicht wird das... Ja, das vielleicht. Ich habe sie bis jetzt... Fuck, was ist das lauter? Ich habe sie bis jetzt noch nicht getriggert, die Monster. Hört man sie dann auch so näher kommen? Kann man sich noch verstecken oder sind sie straight auf einem und zu rennen? Slipp mit uns, Daddy. Slipp mit uns. Fuck! Nee, mehr das Haus bebt. Das ist kein Monster. Slipp mit uns, Daddy. Slipp mit uns. Okay, okay. Das ist kein Monster. Ja, moin. Haben wir die gleiche Definition? Piu. Okay. Ähm. Ja. Verstecken. Verstecken. Sehr viel zum Verstecken. Ja, super. Ja, glaube ich auch. Kann ich nicht auch einfach da ein paar Mal mit dem Stock... Kann ich mit dem Stock schlagen und das triggern und dann hier rein und bin safe? Gut! Gesehen! 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 Okay. Okay. Okay, ich sehe es. Oh nein, es bleibt rot. Warum bleibt es rot? Fuck, warum bleibt es rot? Es bleibt rot! Juh, was habe ich getan? Was habe ich getan? Ja, jetzt traue ich mich nicht von meinem Versteck weg. Ja, ich wollte es sehen, aber jetzt will ich nicht mehr. Kann das wieder blau werden? Bitte! 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 Ich habe jetzt gewartet. Ich war jetzt artig und... Alles ist chillig. Bitte, bitte, bitte. Wessel wieder zu blau. Bitte, 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 bitte. Oh. Dankeschön. Kann ich nicht einfach auch rausgehen und einfach sagen, so, tschau zusammen. Schön war's. Uh, Taschenlampe. Ich bin einfach nichts. Ich bin einfach nichts. Aber... Aber... Ich könnte ja die Taschenlampe nehmen. Sie sieht ja nichts, aber sie würde uns Licht geben. Das würde mir helfen. Nee, leider nicht. Oh! Hä? Bin ich jetzt da? Nein, das geht natürlich schon nicht. War das nicht aus dem Trailer hier? Irgendwie dieser Ort war, glaube ich, aus dem Trailer. Oh je. Oh je. Oh je. Was? Ah, da wird der kotzende Geist. Und da sollte jetzt die, ähm... Ja. Nein, ist ja geschlossen. Boah. Wie plötzlich das... Das überqueren... Boah, und dann gibt es Licht. Okay, wir sind... Ah, wir sind immer noch unten. Hm. Oh je. Warum ist die Tür wieder zu? Wer kann keinen Unterschied zwischen den Schuhen und dem Stock? Ja. Mal kurz schauen, wie es aussieht, wenn ich da runtergehe. Okay. Verlangen Sie mal... Mach dir keinen Lähm. Ja, moin. Oh, die war vorhin noch nicht offen. Ja, der Rest vom Chat, der schaut gebannt zu. Äh, äh, siehe sie. Da, dein Raum. Ich probiere es so dunkel wie notwendig, einfach durchzugehen. Ich probiere es so dunkel wie notwendig, einfach durchzugehen. Ja, super. Oh, das ist ein Trainingsraum, glaube ich. Handel und so. Ja, aber... Lautstärke ist ja auch, wenn ich laufe oder schnell renne. Ich glaube, schnell rennen könnte auch so... Äh, Geräusche auslösen, oder? Es hält mir einfach zu viele Räume. Es hält mir einfach zu viele Räume. Das sind die Besetzungstexte, also Untertitel ausgegangen. Ja, genau. Tippt ab, vor allem langer Text. Frank. Es bleibt so wenig lang irgendwie. Ja, gehen wir zum Baum. Warum nicht? Ja. Aha. Ich komm gar nicht hin. Naja, das ist so... Ich bin angespannt, sag's euch. Ich bin so angespannt. Ich hab so Panik, dass jetzt dann gleich irgendwie um die Ecke, so in voller Grösse, einfach irgendetwas... Wenn ich hier... Aha. Gott. Zum Glück bin ich nicht blind. Ich würde mich sowas von nicht zurechtfinden. Uah, es ist so laut. Pst, 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 pst. Geil wäre auch, wenn man sehen würde, wie es immer wie roter und roter... Ich hab nichts gesagt. Nee, es ist nichts geil. Ich höre nichts. Hört ihr das? Das leichte Stromgeräusch? Okay. Pst. Ja. Eins von zwei Puppen. Yep. Das, äh, sehe ich auch so. Ich weiss es nicht, Nitro. Ich weiss es nicht. Aber ich hab jetzt schon Angst und es ist noch nicht so viel passiert. Aber wenn das... Andere Puppe hab ich ja auch genommen. Hä? Muss ich jetzt raus zum Baum? Oder muss ich jetzt hier noch... Ich weiss gerade meine Mission nicht. Aber du kennst das Spiel, oder wie? Äh, eine Blinde, ja. Und durch meine Schritte... ...oder durch, ähm... ...den Schlag mit dem Stock auf dem Boden... Kann ich was sehen? Okay. Aber der Baum ist nicht hier, der ist auf der anderen Seite. Wie komm ich raus auf die andere Seite des Hauses? Ah, hier bin ich noch nicht runter. Glaub ich. Nee. Meinst du? Oh, Puppe untersuchen. Ja. Briar Puppets, zwei von zwei. Ja, mach Lärm. Pst. Und wenn ich zu oft... ...zu oft äh, aktiviere... ...den Stock, dann ähm... ...komme Monster. Wir haben keine realen Nachbarn. Also... ...die only Leute, die wir haben... ...hier sind in local Markets. Brief Interaktions. Felicia und ich sind nicht barhopping-types. Also... ...we sind alleine hier. Ich mache mich nicht solide. In Wahrheit, ich versuche, wenn es nur ich und meine Gedanken ist. Aber... ... ich glaube Felicia ist, zu einem Freund. Ich würde sie empfehlen mehr raus. Und sicher, dass sie nicht mentioniert unsere Adresse. Grueis... ...alk又i... Jetzt hat es doch komplett mein chat ver... ...auto... ...undebrochen und wieder äh... ...aktiviert... ...und ich dachte so What the Fuck?! ...ja bis gleich... ...Nein, nein! Ich will nicht... ...chnuffeligen Monster rufen. Nein, 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 nein... Was ist noch nicht rauskommt... was ist hier... Mit... mit dem hier? Was mach ich mit dem... Aaaaaah... Jaaaa... War in anderem... Teil des... des Raumes. Hier zum Beispiel. Feuer. Aber auf der anderen Seite hat's natürlich kein Holz. Uh. Speisekarte. Cousine. Und hier... Oh Gott. Warum sind die Sachen einfach transparent? Wie kam ich raus? Ich glaube hier einfach ganz normal, oder? Was? Take-out-Menü. Ich wäre sowas von lost, wenn ich irgendwie blind wäre. Sowas von ultra-lost. Ist das hier nur ein Versteck? Oder ist das auch eventuell... Äh... Was hat Twitch für ein Problem heute? Es deaktiviert mir immer den Chat. Nichts. Nee, da komm ich doch hoch. Überlass jetzt! Was steht da? Ich weiss eben nicht, ob Rennen auch das auslöst. Ich bin Ihnen nicht sicher. Ich weiss eben nicht, ob Rennen auch das auslöst. Aber dir geht's gut sonst, Nitro. Was ist mit diesem Bett? Kann... Ich kann das Bett... Es ist so eine Beklommenheit. So eine... Krass. Wenn einfach die Sinne weg sind, schon einfach ein Sinn. Okay. Mehr oder minder. Kann ich... Etwas machen... So... Ja, ausser, dass ich mir in die Hose mache im Moment. Alles tipptopp. Ich habe irgendwie keine Orientierung im Moment. Ich weiss nicht, wohin. Also ich weiss, wo ich bin. Ich bin mal auf dem unteren Stock. Ich weiss, wie viele Räume es etwa hat. Ich weiss, dass jetzt da die Treppe nach oben geht. Hier geht es zum Eingang nach draussen. Hier ist das Kamin. Also... Ja, bis hier. Hier, ja, absolut. Aber... Ähm... Was ist mein nächstes Ziel? Da weiss ich, dass das Bett... Nee, das ist nicht... Da hier... Habe ich das gescannt? Rich... Mmm... I'm hoping the package, the staff and I sent you made it. We know coloring books and crayons... Ah... Oh... Moment... Ah nee, das ist... Jetzt geht die Tür einfach zu. Ich meine, theoretisch möchte ich zu diesem Baum. Weil der Baum weiss leuchtet. Aber ich weiss nicht, wie ich rauskomme. Stellt euch vor, ihr würdet die ganze Welt einfach nur so erleben. Da weiss ich, dass es dann mehrere Türen hat. Und... Oh man... Das habe ich schon genommen. Misavi hat das auch eine Tür. Und rechts hat das auch eine Tür. Oh man... Und dann ist das Problem einfach im Spiel. Man wartet, es passiert lange lange nichts. Und dann auf einmal Horror verstecken pur. Die Steine habe ich genommen. Hier ist das ähm... Das Bett zum Verstecken. Spiel... Kannst du mir helfen? Kannst du mir sehen? Messages... ... 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 Ich weiss nicht, ob das Rauschen dann wieder irgendetwas aktiviert. Was ist das so? Was ist das? Und da die Stimme höre ich zwar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich komme da nicht dahinter. Das habe ich alles auch geliebt. hier geht es dann runter in die küche oder was ist das eigentlich so ich glaube es sollte die küche sein oder ja kühlschrank das ist das was ich da angezündet angemacht habe ja ich probiere mal musst du nicht den erga schnell aussuchen ja ich meine ich bin hier aber ich weiss nicht ob ich hier zum baum kommen weil das war der erste glaube es ist der gegenseitige also der andere ausgang und dem wo ich überhaupt jetzt im moment hin muss vielleicht geht es hier irgendwo weiter was ist auch anstrengend das spiel so mit dem sehen wenn man fast nicht sieht ist wirklich aus anstrengend ne also also diese seite komme ich nicht durch da wo ich eigentlich ursprünglich hergekommen bin komme ich nicht raus ich glaube ich gehe mal kurz aufs wc und dann schauen wir weiter was da passiert ich bin gleich zurück vll hast ne erleuchtung lächelnde smiley ich bin gleichucking ich bin gleich Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, also Erleuchtung habe ich noch nicht gehabt, aber wir gehen weiter. Also wenn jemand ein bisschen Hilfe weiss, bin für Hilfe offen. Die Bürsten sind auch alles andere als hilfreich. Alles andere als hilfreich, muss ich sagen. Danke, Nitin. Vielleicht einfach so, wie kommt man zum Baum? Warum? Weil ich bin jetzt wirklich alles abgelaufen. Da sehe ich nicht, was ich machen müsste. Ich kann einfach das Monster triggern, indem ich einfach tausendmal auf den Boden schlage. Also Monster. Keine Ahnung, wie das aussieht, was das ist. Aber, ähm... Was kann ich machen? Weil sonst, ich sehe keinen weiter... Nein, 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 fuck! Nein, das wollte ich jetzt nicht... Oh... Puh... Zum Glück konnte ich mich verstecken. Ich will nicht erfahren, was es ist. Du hast zweimal zu oft auf den Boden gehauen. Zweimal zu oft. Ich glaube, ich laufe im Moment kurz nur ein bisschen rum. Hast du einen Feuerlöscher? Mh... Nein? Feuerlöscher habe ich noch nicht. Ich habe aber zwei Puppen gesammelt. So ähnliche wie die hier. So ähnliche wie die hier. Trainingsraum. Das WC. Weiss nicht. Am liebsten würde ich mir die Räume aufzeichnen, obwohl ich im Kopf etwa weiss, was wo wie. Aber wenigstens hätte ich dann einen halben Plan optisch vor Augen. Mh... Ne, das bringt auch nichts zu tun. Alle Türen sind offen. Ich habe jedes Dokument gelesen. Wenn ich hier rausgehe, kommt der Baum. Aber ich komme hier irgendwie nirgends runter. Ja... Ja... Oh... Nochmal. Hast du einen grünen Stein? Ich hatte einen... Ja... Einen grünen Stein... Also ich habe nichts im Inventar. Es gibt keinen Inventar. Aber ich weiss, wo ein grüner Stein ist. Soll ich zu dem gehen? Einmal... Äh... Der grüner Stein ist, glaube ich, gleich hier. Ah, jetzt am Anfang. Dann war ich links. Ich glaube, ich finde den grünen Stein hier. Jetzt da. Genau... Ja... 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 Der grüne Stein ist hier hinter dieser Wand. Ja... Zurücklegen oder Erinnerungen erneut auslösen. Das habe ich schon gehört. Eine Woche, als ich ein Stomachschmer hatte, ich ging es um zu touchen und es war heiß. Die Stein war nicht in der Sonne oder bei einem Heater. Nicht der! Hä? Nicht der. Es gibt einen anderen grünen Stein. Äh... Nö, dann nicht. Ist der im oberen oder unteren Geschoss? Also hier hat es ein Audio-Abspielgerät. Ja, ich gehe gerne nochmals jeden Raum durch. Aber warte, wenn wir schon hier oben sind, gehe ich dann die Räume hier oben durch. Wir haben hier einen grünen Stein oder einen Stein jedenfalls. Wir haben hier ein Buch. Wir haben hier wieder ein Buch. Dann haben wir hier eine Puppe. Das habe ich alles schon berührt oder aktiviert. Wie auch immer. Im Kinderzimmer. Nee, auch nicht. Man müsste ja leuchten. Man müsste es ja sehen. Dann hier im Sportraum. Ähm... Ich schaue auch nur das Abspielgerät. Was sonst... Äh... Ah, das ist das Laufen. Es gibt so ein komisches Geräusch. Und ich... Und ich... Dann... Hier... Die Leinwand mit den Boxen. Genau. Auch hier. Sie hat beim Teleskop die Nachricht auf einem Band abgehört. Sie hat... Teleskop. Als Teleskop. Als Teleskop. Als Teleskop. Wenn, dann wäre ein Teleskop oben. Ist das ein Bett beim Teleskop? So ein Kinderbett? Ja, das ist der einzige Ort, wo es so... Nach oben geht es ein bisschen... Wenn ich mich überhaupt zurecht finde, hier im Dunkeln. Geh mal da die Treppe hoch. Ich muss kurz schauen, ob da ein Teleskop ist. Ja. Eine Nachricht auf dem Band abgehört. Äh... Warte mal. Ah! Das... Nee. Kannst nicht aktivieren. Kleinen Tisch und ein Aschenbecher. Also nicht hier. Und jetzt ist das nicht mehr grün, oder wie? Hm. Also bin ich richtig jetzt hier oben? Aschenbecher. Aschenbecher ist hier. Ich habe Angst, hier oben das Monster zu triggern. Oh Mann! Denke nicht. Okay. Aber dann wird es schwierig, wo sonst Teleskope sind. Und... Also... Wie gesagt, hier hat es ein Abspielgerät, aber das habe ich aktiviert. Es ist aber exakt zu beschreiben. Ja... Gib mir einfach so... Was... Sachen, wo in der Nähe sind, zum Beispiel. So... Ein Bad. Ein Trainingsraum. Ein Spielkinder... Ein Spielkinder... Dings. Oh, warte mal. Kann ich eventuell da jetzt durch? Oder ein Hammer. Neben da, da kann ich noch nicht durch... Alles, was dir auffällt. Weil ich habe jetzt... Ich glaube, ich bin in jedem Raum gewesen, dass ich es einigermassen finden sollte. Moment. Ah, das ist verste... Ah, ich konnte mich vorhin verstecken hinter einem... Okay. Warum kann ich die Radios nicht mehr anmachen? Ja, super. Jetzt geben die Radios nicht einmal mehr... Ähm... Laute von sich, dass ich mich verstecken könnte. Super. Ähm... Oder irgendwie ein Büro, oder die Küche, oder was auch immer. Irgendwie... Was dir einfällt, wenn du siehst. Ich bin beim Video, wo du deinen Stein hast. Den Rundenstein... Okay, der ist hier oben, die Treppe oben. Wieder einmal hoch. Also. Ich bin jetzt beim Rundenstein. Also ja. Rund ist anders. Küche durch kleine Treppe. Das ist hier. Hier. Treppe, Küche, ja. Ja. Mit der Kaffeetasse, oder was auch immer. Und hier war der andere, der gekotzt hat. Äh... Äh... Das habe ich schon gemacht. Da war Wind. Ja. Da war Wind. Da war eine... Eine... Ein... Oder da ist ein Fenster, und das war offen, und das ist dann zugeknallt. Das habe ich gemacht. Ein paar Pfeilzeilen. Ich bin jetzt. Da war es. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Das ist ein Messer. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja. Ja... Das ist doch nicht das falsche Wort. Hier bin ich irgendwie bei den Gläden. Ah ok, kotzen war ich schon durch. Dann ähm... Da musst du ein bisschen weiterspulen. Kotzen war hier. Dann bin ich Pillen holen gehen im Auto. Da kannst du sicher 10 Minuten vorspulen. Pillen geholt beim Auto draussen. Also kotzen war hier. In diesem Raum hier. Und dann habe ich die Pille hier hingestellt. Hier irgendwo. Ja, hier. Pille hingestellt. Okay, da war ich noch nicht. Sonst wäre das nicht passiert. Aber... Äh... Ich weiss, ist jetzt alles auf dem Boden? Okay. Aber jedenfalls, ich bin da, wo ich die Pille hingestellt habe. Dem Geist die Pillen hingestellt habe. Oder was auch immer das ist. Oder was auch immer das ist. Puh. Dann ist das Feuer angegangen. Fläschchen. Dann ist das Feuer. Dann gibt's das Feuer. Dann ist das Feuer. Dann gibt's das Feuer. Dann ist das Feuer. Dann haben wir ab, um dann weiterer Segen. sterben... Dann ist das Feuer. Dann werden wir mit. Dann sind die Pflicht ab die treppe finde ich auch zum 2000 mal und das ist dann der haupteingang wo ich natürlich jetzt nicht mehr rauskomme aber ich glaube auf dieser seite ist der baum ich bin einfach nicht sicher ob ich zum baum muss mit deinem Das macht jetzt kein Geräusch mehr. Mal nehmen... Also hat es bis jetzt noch nicht abgespielt. Das nächste Mal Frau, zieh Turnschuhe an. Hast du einen Akten... Nein, wo ist der? Ich habe aber vorhin einen vierstelligen Code erhalten. IC2118. Aktenschrank. Wo finde ich den etwa? Nein, den habe ich noch nicht gewonnen. Okay, die Wendeltreppe Finish. Moment. Die untere Etage davon. Okay. Warte, ich gehe zur Wendeltreppe. Okay. Ich bin bei Wendeltreppe nach unten gekommen und jetzt... Boop, 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 boop. Jetzt könnte ich nach links gehen. Geradeaus oder theoretisch auch rechts. Links, geradeaus, rechts. Hinter der Wendeltreppe... Äh... Ehm... Okay. Da warte ich noch nicht. Ehm... Ne, äh... Hinter den Wendeltreppe... ...warte ich noch nicht. Wow. Ja, jeder will so ein... Okay, ich glaube, ich habe etwas... Warte, noch mit weiteren Tipps kurz. Okay, ich glaube, da kann ich jetzt raus. Oh, no! Oh! Come on! Oh, nee! Also hinter der Welttreppe ist auch nichts. Ich brauche... Links Tür rein, dann links halten bis zur nächsten Tür. Also, linke Wendeltreppe runter, dann linke Tür rein, dann links halten bis zur nächsten Tür. Dann sollte ein Aktenschrank sein. Äh... Aha. Da, oh! Ah! Ah! Red Room Key. Ich kann nicht mehr rein gehen. Ich weiß... Meine Fingern fumble und manchmal... Ah, okay. Ich bin ein bisschen schneller als früher. Aber du kannst mich als Prisoner in diesem Haus, in diesem... ...Body... Ich will nicht mehr Pille. Ich will nicht mehr Pille. Ich mag nicht, wo es geht. Nein, mir gefällt die Entwicklung auch nicht, wohin das geht. Nein, mir gefällt die Entwicklung auch nicht, wohin das geht. Aber wenn es nicht passiert ist, dann schrecke ich dann gleich sicher. Äh... Wie komme ich da hin? Ah! Ja, aber es hätte auch mir anzeigen können, dass ein Schlüssel gebraucht wird. Sehr schön! Musik! Schöne sich. Schöne sich. Schöne sich die Besten. Musik. 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 und von meiner eigenen Frau. Ich spende die ganze Zeit in der Tour, zu sagen Felicia, dass ich arbeite und das Baby schaue. In der Realität, ich töre. Das Spiel ist gerettet. Also das bin ich nicht unbedingt der Schlocke. WP. Arcade. WP. Ja, mega, 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 macht's launend. WP. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch nicht, noch nicht. Das Teleskop meintest du? Ah. Okay. Nein, ich bin sehr vorsichtig im Moment, Pew. Ich probiere nicht unnötig Lärm zu machen. Ja. Es war nur ein Hirsch. Es war ein katastrophaler Hirsch. Aber ich merke, das Spiel strengt einem doch an, wenn man da so halb irgendetwas sieht. Verstecken hinter dem... Okay. Aber wenigstens weiss ich, dass ich mich da verstecken kann. Have you come to play? Oh hell no. Have you come to play? Am Arsch! So leise. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich zum anderen Gebäude irgendwie einen Zugang jetzt gemacht habe. Ich bin jetzt schon nicht... Ich bin jetzt im gleichen... ...ort. Ist das gehört? Was ist denn hier? First the sagebrushes, now this. How does Malachite crack? It's supposed to protect me and the baby. How does a gem inside a silver setting just shatter like that? I'm not gonna... Ich weiß nicht, wie ich meine Kinder habe. Ich kann mir die verdammte Kliniken zum Spielraum. Wo ist es? Ich brauche nicht mehr die Pille, und ich brauche dich nicht zu sehen. Kannst du sagen? Ich habe sie nicht in drei Tagen genommen. Warte noch, warte noch, da kommt noch. Wir sind am Anfang des Spiels. Ist das ein Frosch? Also hast du das ganze Spiel schon gesehen, Biu? Also hast du das ganze Spiel schon gesehen, Biu? Was ist das auf dem Boden? Gott im Himmel! Scheisszeug macht Geräusche. Ich glaube, Nitro, jetzt sind wir zwei Stunden dran. Ich brauche noch eine Ablenkung, bevor ich schlafen gehe. Wir machen das nächste Mal hier weiter. Das speichert es ja automatisch, oder? Aber irgendwie, äh, sonst schlafen wir.